Und alle beide. Ja, er war am Weg. Nee, war einfach so scheiß drauf. Wir sind beide zu dumm dafür, wenn du ganz ehrlich bist. Ja, Mann. Ich geh mal dafür jetzt nur noch auf Bremse. Hey, jetzt haben wir uns wieder beide gerammt. Also, Mezzo, dass du das richtig auch noch so willst. Wir werden jetzt alle mit Haft drauf. Alle nachkommen mit Haft drauf. Ich bin mit Faust da. Putz. Oh, fuck. Putz. Alter, wie er geflogen ist. Ich glaube, durch mehr Haftbomben fliegt man höher, oder? Sah so aus, ja. Wir platzieren, wir platzieren, wir platzieren alle fünf Stück hier am Boden. Jeder platziert fünf Stück. So. Ich... Warte. Es muss ja nur einer zünden. Einer muss, einer muss, einer... Ihr geht weg, ich zünde. Ihr geht weg, ich zünde. Nein, 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 wir sind ja so auf den Haufen. Ihr geht weg, der fliegt aber nicht weg. Nein, ich habe auch gar nicht da hin. What the fuck. Na, komm mal zu uns. Aber du bist ja schon fast da. Also, ich habe schon fünf Wünnen geworfen. So, ich weiß, du machen willst. Werf auch mal fünf Stück hier hin. Ja, was? Ich muss... Ja, bis er da ist, komm, jetzt spreng ich mich mal in die Luft. Damit ich hochkommen kann. Nicht ich? Nö, ich ja. Ey! Alter! Dieses Geklacke, ey! So. Bin Ready. Die brennen... Bei mir bin ich so weit geflogen. Bei mir bin ich SO weit geflogen. dadurch ja ich auch da oben drauf kannst du mit dem heli landen du kannst auch drauf stehen ich hab den typ gesehen ja ist in einem video da drauf gelandet muss ein bisschen näher rangehen und ein viereck drücken an der grieck und dann die somitze nach unten gelandet die eck und kletterst du rauf auf das ding aus erster das war das entschieden dazu und dort zu sliden aber ob es war jetzt immer mit runter ah meine eier welcher ja du bist es so gar nicht so die sind jetzt matschepampe einfach nur keine ahnung apfelmus jawohl passen platziert an den spitzen alles mit haftbomben also kann ich zünden? ja ja kann ich zünde jaja aber zum glück ist nicht explodiert irgendwas warte 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 ich muss noch werfen ja okay ach so ach so alter der sie misleiden oh my face so ich platziere jetzt die haftbombe an ihm ehhhh ehhhh tch 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 hast den schaden, als er auf seine kosten pfff, mir doch wo ist schick die Rechnung, mein Anwalt ich habe ich was dort direkt sind genau wie die Rechnung die BD du hast doch recht vor links nicht beachtet sicher vorgabst mehr für mich und nachher steht ankommen dann können wir reden sie finden also siehst du kannst nicht sagen ob du vorhanden oder nicht doch ich behaupte dass einfach weil mein Auto eine eingebaute Vorfahrt hat aber ich habe noch keinen Kratzer außer dass die ich hätte nicht gesagt anders enden das ist kommt so mit Messer alter sticht mich ab alle wirst du sehen es würde ich jetzt sehen da guckt Stromkassen hinter dir an tschüss meine Ladung ist auf dem Dach gelandet und ich bin danach perfekt Rockstar ich liebe dich ich töte mich ich habe gar nicht auf dich geachtet jetzt hättest du mich zu tun Aua Aua Wupp Ain't nobody got time for that dass wir die Teile auch ey der hat mich auch gemacht gedacht wir mal im Flugzeug krabbert ich rach mich mal ganz hoch warte Aua wie lange willst du da jetzt so einhauen das Ding in Luft geht jetzt ein bisschen nach hier ist einfach hier, Leute oh, wir haben nichts, das ist gestorben na, Ruhe und Frieden da ist Heli da ist er am Heli der Heli, der lag, der ist Geschichte, wollte ich mal sagen was stimmt mit diesem Scheißteil hier nicht siehst du das auch? welchen Teil? was? diesen Laternenpfahl der eigentlich hier stehen sollte nein, den sehe ich gerade nicht mehr der Bounce die ganze Zeit neben mir also neben meiner rechten Schulter hoch und runter, hoch und runter jetzt hat er mich runtergeschubst, ich habe mich nicht bewegt, das kommt durch diesen Pfahl und der Bounce der Bounce immer noch und dreht sich hä? dieser Mast, von dem ich dir erzählt habe, ne? ja der schwingt immer noch so hin und her das hört nicht auf oh mein Gott, wer der hell ist? oh mein Gott, wer der hell ist? und tritt nochmal mit Absicht extra schön drauf dann habe ich das schon mal Software Update gemacht ich habe Mezzo von seinem Fahrzeug runtergeholt ich habe Mezzo von seinem Fahrzeug runtergeholt auf dem ich schwingt noch mal leben wozu Vorsicht, Vorsicht! Huh, das war knapp. Sous-titrage Société Radio-Canada